Kapitän Meyer trieb den Bau von Supertankern mit einer Länge von 3600 Metern maßgeblich voran, weil er nur auf einem Schiff kommandieren wollte, das mit allen Namen seiner Töchter getauft sei. Wir sehen hier den Supertanker MS, Claudia, Maria, Petra, Chantal, Ines, Bärbel, Christel, Christine, Silvia, Lorraine, Jutta, Tina, Bunda, Bunda, Petra 2 und Carmen, die Zwillinge, Alma, Anne, Anna, Annette, Nicole, die Nico genannt wird und Melanie, die jetzt Thomas heißt, Rika, Tina, Saki, Rio, Mai, Chai, Chai, Latte, Larissa, Bruna, Gabriela.